was jetzt voll bock auf mw2 und spot zelena von es kommt es mal am stück nicht jonas da war es recht noch einer von hinten Was? Was ist unser Team? Oh nein! Geht aus jetzt! Oh Gott! Oh Gott! Die Lendi-Kuss wären nichts, ey! Oh mein Gott! Das liegt! One life! Hey! Noch einer von Lendi! Blauer Raum! Blauer Raum! Blauer Raum! Blaue Tür! Nae, Sven! Was kann unser Teammate denn so schönes? Kelle, alles Gute zum Geburtstag! United Kingdom Eighteen Years Old Scottish Webdesigner Asi, Kelle, das Asi Karte, wenn er auf Karte die Bombe zu werfen Ey, das hat ein Messer Was machen wir denn? Machen wir wieder A? Machen wir wieder A Machen wir wieder A Machen wir A Machen wir noch kein Habe haben Wahrscheinlich sitzen wir aus der Serie gleich verreckt Oh Gott! Da kommt noch einer! Ja, natürlich! Beim Auto Hier ist rechts Links Da! Ja, bei dem Auto Letzte Pickup Da liegt der vorne, war ich? Nö, ich wollte gerade abbauen. Ach ja. Dafür gibt es extra Money, ne? Für Bombe? 300? Ja, das kann man auch machen. Ja, von mir aus. Du bist Kacke. Ach, deine Mama ist Kacke. Ja. Und? Ich kann damit leben. Ach so. Hast du es überwunden? Ja. Ach, gut. Nein, ich kann nicht. Alter, schehen sie alle auf B. Genau, deswegen ist B und Schocker. Von hinten, von hinten, von hinten. So. Danke für die Hilfe, Green and Yellow. Gute fucking Job, Leute. Ach, Schocker. Green and Yellow? Ach, Green and Yellow. Ego und Herrlich. Was hab ich gemacht? Immer die gleichen, ey. Entschuldigung, ich hab 5-1. Sorry, sorry, sorry. Tut mir leid. Ich mach gar nichts. So, Block weg. Mach jetzt ohne die Knife. Ich hab 3-2. Hehehe. Hehehe. Heißt du, soll er hier mal diesen Caledar Flame? Der hat 0-3. Den kann er ruhig... Diesen E-Leg. Nein, diesen E-Leg. Der hat keine E-Nix. Wieso dein B, B ist doch voll geil. Warum steht er auf Kamspawn? Weil die Bombard. Weil er höh 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 geschrien hat. Flash mich nochmal. Oh, ich wurde das nicht kann. Beim ersten Mal. Yo. Also dieser Hoi, Hoi, Hoi. Das ist ein Schiller, ne? Black Man, der kassiert gerade hart. Alter, Black Man. Du N***er, geh sterben. Man, woher weiß er das, Alter? 96 in 6. Von hinten kommt einer. Hä? Erst mal echt hinzugucken. Auf mich hat geschossen. Ach, yo. Traitor, Traitor. Der ist Onspot, B. Letzter ist Onspot. Da ist er gerade hoch. Der sitzt da hinter dem Kasten rechts. Den da? Ne, ne, rechts. Da. Der sitzt da hinter dem Kasten rechts. Dicker Kasten. Pff. 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 Noch mal Echo? Dessen Profil ist so arrogant. What? Noch mal Echo? Na, lass Echo. Ja. Ja, gut. Ich hab eben schon gelco toppen. Na ja. Hast du Geld? Ja, ich hab Geld. Was? Was? Rushen wir im Mittag oder so? Yolo? Bye? Ja, mein Ding. Wenn hier nicht rumgeblockiert wird. Oh, go. Oh, der ist tot. Da kommt einer. Ach, Mann. Keiner. Von hinten. Oben ist einer. Kann so nicht spielen. Ich, alter. Ja. 200er Ping. Ich bin nur am rumteleportieren. Keine Chance. Okay. Ich bin nur am rumteleportieren. Nun, super. Los, Quem ist der. Wir醉. Los. Los. Flash, meet... Flash! Hils! Wohin denn? Ich zeig dir wo. Ja, ja, mach ich. Das ist mal die Bombe. Oder nicht? Folgt mir einfach. Nehm keinen als Bombe. Auch gut. Hier. Hier, genau. Einer hat hier den Kanal aufgemacht. Oh Gott, die war schon B. Ach ja, komm. Das ist doch ein Witz. Was ist das für ein Sch***? Ah, du fucker. Mitte Orb. Ja, chillt immer noch, bitte. Hier, Jibberwolf ist auch ein Smurf. Links. Und der ist ein Pre-Made mit dem, der hat Patrick gehört. Ah, Jibberwolf, Smurf-Account. Ja, und dann der Patrick ist dann's Pre-Made. Ja, was bei ich mir denn heute? Anzahlung für eine Waffe. Ja. Oh, falsche Waffe. Kopf, egal. Anders brauchst du ne Waffe? Bitte, das ist wahrscheinlich... Ah, das ist schon mit dem Roblover. Hätte ich dir ne UMP geworfen. Ah, der Fass hat mich nicht gemässert. Ja, die bauen wir nicht. Ja. Ja, die A-Wache. Ja. Ja, das geht. Einer sitzt auf dem A-Spot hinten rechts in der Ecke irgendwo. Ah, ich seh... Bloil von hinten. Von hinten jetzt. Das sind zwei. So. Alter, sitzen sie da zu zweit. Habe ich doch gesagt. Hast du da zu zweit aber nicht? Ich hab mein Haut ein bisschen weiter gewissen. Ach, Mann. Ich hab kein Geld. Ich hab kein Geld. Ich hab auch kein Geld. Egal. Ich hab ein bisschen aber nicht kaufen. Was waschen wir? Ah? Ah, direkt drauf. Ah, okay. Best. Hä? Der Idiot hat AK gekauft. Ich hab ein Best-Team. So. Alter, ja. Wir machen Eko und was macht er kaufte jetzt mit AK? Ja, und mit Bombe geht er jetzt so hoch. Loll! Mann! Loll! 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 Das ist Kacke. Oh, Silene. Das Bombe ist mir gar nicht mehr geschehen. Sieht schon ganz schön hardcore. Oh, die sieht ja genauso geil aus wie ihre Tochter. Die sieht ja auch nicht geil aus. Voll Hackfried. Mann! Nein, ja. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr. Ah. Oh, nein. Muss hier ja selbst setzen. Bin ich schon wieder die Bombe weggeschmissen? Na. Er hat viel. Oh, ja. Bestimmt. Ne. Bestigaan. Dann arbeitet er da ja immer den ganzen Tag. Ich glaub der flamt uns. Bestigaan. Bestigaan. Sag mal eine weitere Mal, ich werde dich schütteln. Wut! 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 Okay, ich bin echt verrückt. Jetzt in der Elbe. Okay, Abstimmung stoppen. Auswerfen. Nein! Nein, das ist besser als du. Oh, jetzt hat mich auf die Drecksabstimmung konzentriert, ey. Ich muss rumsmurfen. Muuu! Oh Mann, von 30.000 Seiten, ey. Man, gegen Smurf ist das kein Spaß. Digga, digga, digga. Wut! Du legst jetzt auch immer drauf an, oder? Wut! Wut! Ja, wenn du ihn jetzt direkt abschießt, dann ist er weg vom Fenster. Wut! 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 Das weiß er, glaube ich. Wut 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 Den Bart hat er jetzt gerade zu kommen Juuu Aber er kann ihn eh nur begrenzt schaden zum Fügen Irgendwann ist es Ende Ja du darfst es nicht überreiten Ey sag mal was sind das eigentlich für lucky Typen Alter what the shark Shit Oh schon nein Wut man ey Wow Ey dieser Hoihoi ne 18,8 Stunden Dieser Hoihoi Hoi Ich hab jetzt auch ein Smurf noch aus Nur weil die zu kacke auf ihren Wanks sind, müssen die hier nicht rumsmurfen. Ich bin nicht so nett, weil ich heu einfach. Yo, ist klar. Von hinten. Wood from behind. Zylindergommens haben wir auch ordentlich aufgeräumt, ey. Was ist denn mein Teamchat? X. U. Ist normalerweise. Ne, U ist normalerweise. Der X ist nicht. U. Nein. Hast du. Doch, U. Let's go. U ist gerade zum Schreiben. Alt? Das war Teamchat, glaube ich. U. Ja, aber sprach Chat. X. U. Zum dritten Mal. Maus 5 oder Maus 4. Zumindest bei mir. Oh. Kau. 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 Das brauchen wir noch eine Abkürzung von Boot. Boot. Kau. Kau. Da könnte eben oben einer kommen. Ach ja, wieder der Awe-Cheater-Noob-Lappen da, ey. Was anderes kann er auch wieder nicht. Der steht da immer noch. Macht keinen Sinn jetzt. Da brauchst du nicht hingehen. Geh zu Jonas. Schmeiß mal eine Flash hin. Hab dem 87 gegeben. Ist in der Garage. Ist das hier die Garage? Nein. Ist Main. Main ist links da rein. Ah lol, der schreibt, wo wir sind. Nein. Er hat gesagt Heating Main. Und Main ist das hier, wo Nils jetzt drin ist. Ja, aber er schreibt ja auch, wo er hingeht. Ja, jetzt schreibt das. Ja, aber Heating mit, weil ich jetzt auch eben in der Mitte war. Deswegen. Wollen wir jetzt sie vielleicht auch mitnehmen können? Ja, ja. Es ist bestimmt Pick-Up jetzt mit seiner Awe. Es ist Tart-Eink-A-Bomb. Was sind denn die Typen so mad, ey? Weiß er nicht. What the fuck up, you little Russian? Going B, sagt er. Mordkarte. Ja, die glauben ihm das nicht, was er schreibt. Ja, die fällt einfach nur kacke, dass er... Ne, ne, ich glaube, die glauben ihm das nicht. Die denken ja verarschen. Der ist da. Was? Wollen wir den kicken, wenn er... Und wenn er noch weiter schreibt, können wir den gern kicken, ja. Komm mal eben melden. Stimmt, melden, ja. Bringt melden eigentlich was. Er bringt das Spiel... Ja doch, es bringt mehr als ein COD. Also, Hacker werden gebannt, wenn du die meldest. Das kommt des Text-Chattes, des Sprach-Chattes. Der sagt die ganze Zeit gut, er bringt das Spiel. Äh, ich? Der sagt die ganze Zeit gut. Ne, ne, der, der sagt die ganze Zeit gut. Ach, und er hat die Bombe jetzt da raufgeschmissen eben. Einer muss buchsen, ne? Wir müssen die wiederholen. Ja, warte. Geschmacken, Kind. Äh, steh mal auf. Soll ich mal flashen? Äh, ist Polen offen. Flash mich nochmal. Das ist doch kacke, ey. Ach, hier bin ich. Und noch zwei. Müssen auch passen, wenn die von hinten kommen. Wieso denn nein? Wir sind da. Ein Kulte wegmachen, ich lock den so ein bisschen. Draußen ist er. Versuch, von hinten zu kommen. Wir sind ganz viele Schritte oben irgendwo. Miss Potenzial. Naja, der hat das natürlich verraten. Wir hatten gerade nein gedrückt. Ich? Warum denn kicken? Nein, der sagt, wo wir sind, du Vollidiot. Jetzt, wir müssen langsam rauf. Oh, Sillagos Marm is in Ventum. Recht. Was sagt der? Ja, der beschwert sich über unseren Spaßstieg. Gut, dass du Russisch kannst. Nein, der verarscht ihn doch damit. Kaufen oder nicht kaufen? Oh, 1600. Ich kann eine Anzahlung. Also, ich kann nichts kaufen. Oh, na, okay. Na, ich kaufe jetzt auch eben. Eine Auszeit nehmen. Nein. Das ist deine Auszeit. Na, dann hast du eine Minute ungefähr oder 40 Sekunden Pause. Wer hat das denn gemacht? Ich hab schwasti. F***ing Habe, F***er. Nice. Short, kommt was, Kelle? Watt? Ja, du bist doch da noch, ne? Ja. Watt. Hier, oder? Der guckt halt nicht ganz auf die Ecke. Auch. Glaublich. Oh, er hat zwei Stück. Hört ihn! Oh, empty, Alter. 13 Schuss, ey. Was willst du da mitmachen? Na, oder? Kann der von hinten kommen? Ja. Ja. Oh, schade. Ich hab den auch noch fast gekillt. Oh, machst du ja nix. Okay, den nur wegen deiner Waffe. Pauli, Mann. So, können wir jetzt kaufen? Das ist round. Ja, jetzt müssen wir kaufen. So, machen wir jetzt hier irgendwie noch was. Wo waren wir hin? Ah, warte mal. Ah, Fasunas. Ah, ja. Lass arm machen. Wir wirften die Bombe da mal rauf. Der Typ, oder was? Sehr wohl. Von Spastika, oder was? Von Very Fun. Oh, I don't see so much. Nice. Ach, was? Die ist nicht dagegen. Soll ich mal flashen? Ja. Ich flash auf. Jetzt rauf. Ich flash auf. Ich flash auf. Ich flash auf. Ich flash auf. Hey, nix. Deine Tür. Und wo kann. Oh, ne. große tor ja hier in dem tür tür ist ja noch der nix ich hab nichts gesehen ja komm hat doch gereicht ich gehe mal irgendwo hin ich gebe ich auch ich bin auf der taste gekommen kommt man denn ständig auf die scheiß taste was denkst du ob ich mein scheiß schalter abgebaut habe und sport plantes ein ass in dem nebenraum oben 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 ist der letzte das gute ist halt bei b kannst du sofort sehen wenn die kommen weil du kannst da oben das sind ja keine spämpchen ausrad drei mitte drei mitte vier mitte die gehen einer ist auch ganz weit hin von denen stirbt ja ja ich muss auch nur sagen unser noob der läuft nur mit messer rum er macht nichts mehr aber noch eine hat jetzt einfach jedes mal von mir obwohl lasst ihr jetzt einfach kicken den haben wir im bord den spaß die kicken den haben wir im bord weil er läuft ihnen nur noch mit messer rum und schießt nicht mehr wer hat jetzt noch nicht er feinds geduckt weiß ich nicht ich muss auch kurz schreiben können wir kaufen wenn ich vollpfosten los ist da wird da wo mitte zwei eine aber mitte oder ich bin der letzte Boah, so wenig Mann hier. Wo geht's denn durch den Lüftungsschach? Äh, von Mitte geht's dann nach A, aber du kommst von da aus nicht da rein. Von Mitte nach B meinst du? Einer, ja, einer ist noch in der Mitte. Oben hab ich gemacht. Ach, Alter, da kam einer rauf. Da kam eine blaue Tür. Doch, Mann, Elec. Hallo, er braucht mal Kills, ja. Er hat mit meiner Pistole draufgezählt. Ey, ich hab mehr Kills als Jonas. Ja, ich bin auch gerade richtig fackt, ey. Ich hab auch gerade 4-8. Ich hatte sogar mehr Punkte als hier Don-Louis-Kight, den wir rausgeschmissen haben. Ja, der hat ja zum Schluss noch mit Life rumgerannt, du Idiot. Der kann ja auch keine Punkte mehr machen. Ja, ne. Argumentation nicht schlüssig. Null Punkte. Ja. Ja, komm bitte. Ah, BABABABABABABABABABABABABABABABABABAB. Ey, maaaan, was? 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 Ich habe eine Headshot hier oben. Yo! Nice one, Jonas. Wenn ich mir ein Bottle mache, ist das der Ferturist. Jawoll, Noob 90, ey. Die regelt wie immer. Oh ja. Pro 90-Skill machen wir, glaube ich, alle, oder? Ja. Jetzt ja. Nice Pro 90, ey. Oh ja. Frank fällt aus der Reihe. Kack Smurfer. Nice Pro 90. Oh ja. Warte. Nein, oh, shit. Gather this area. Affirmativ. B. Bitte is Munk. Oder sonst was. Ich kann's halt mega früh sehen. Das ist halt wirklich krank, Alex. Hast du schon mal erwähnt. Ja, ich weiß, aber ich würde es doch aufgewachsen. steps bei arm, steps bei arm ja, wird auch A, B ist A ja, ist voll A ist voll A ne, einer ist Mitte ey, ich will den Dreckspot übernehmen ne, der war auch einer Mitte im Gang Bombe liegt oben ich glaub geht über CT CT ist nix und Spot? Bombe liegt hier, ne? ne, Bombe liegt da oben drauf zwei Stück sind da, komm ne, über Mitte ich hab doch die Dreckstiegel ausgerüstet ja, einer kommt definitiv über Mitte oh mein Gott ja, genau, 60 in 4 mit der AK, okay einer ist Pickup letzte der letzte ist Main Soll ich hier bleiben wegen Bombe? ja, ja, ja das ist ja noch ein guter Ort ne, eigentlich nicht, aber gut sein zu gehen mach so, weil dann kann er mich von da nicht sehen kommt von rechts mhm ne, kommt von links wird da durch die Tür kommen mal gucken schieß oh, drei Sekunden oder so waren das noch hab ihn aber mehr Schaden gemacht ja ja, du hattest ja auch schon ein bisschen mehr kassiert, ne? ja du, das konnte ja nicht genug anhäften ja, du musst uns aufziehen musst den Anna leider töten ah, der Bot kauft sich ne MP9, ey und ich bin den Flust oh man, dieser scheiß Bot besser als der Neger eher besser als der Neger vorsichtig, dass du kommst da nicht mehr zurück naja, glaube ich auch nicht so er spielt Shotgun und drückt mir, ey ja Bombe mehr heiß Leute hallooo letzter blauer Raum den Nils fast weggerattert und ich die Bombe noch mehr schützen wo sind die? nein ach ja ach ja hauptsache unser Bot hatte Jeroen überlebt alleine, ja haha hallo, der hat erst 2-1 oh 2-2 hab ich den? kann den besser als Jonas ah, der hab ich aber auch noch und auch besser als Kellis besser als die von uns allen theoretisch ja, praktisch aber nicht B oh mega entscheide dich safe P ja, ist safe P direkt On-Spot hier Nils von dem kommt 2 nachladen, On-Spot direkt ja, von dem kommt 2 ja, fuck links, links die gehen hoch, einer geht hoch einer ist On-Spot da ist oben hallo, ich hab 2 erwischen nice ja, ich steh' nämlich rechts nach oben drecksmurfer kinder, ohne spaß oh ja kaufen? gerne ich kann ja, klar ja 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 und jetzt kauft sich der Bot eine Autoplacker ich glaub's auch der stirbt gleich und dann haben die Gegner eine Autoplacker ja und ich hab' ne Negas oh man ey, warum kann sich der Bot nicht einfach warum kann er nicht einfach das machen, was man ihm sagt ohne spaß es könnte A sein ja mein, man ist schon im Nachteil wegen dem Wichser und dann drei sind oder zwei sind im Main heute kommt eventuell was heute bin ich auch achso, nee da pro 90 hier, alter da pro 90 hier, alter was? what? what the fuck, alter ich dachte, ich hab mit 7 schon viel quatsch, es geht echt ja was? willst du? pro 90? ja sicher, ich hab vier Leute hab ich eben damit gekillt ja oh no soll ich alleine B, Jonas? ja ich muss eben schreiben ah B nice uuuh weg uuuh weg 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 ah fuck ich glaub das Nachbeleid hier ist, Auto Meike nice uuuh uuuh warte ich hab das nicht falsch entschieden du nein, ich hab das falsch gepackt egal also wir haben alles doch verkackt na egal oh, wollte er verbessern, dann hat's verbessern, verkackt naja, ich weiß nicht, das geht auf der Tastatur er macht einem so ein Accent surcomplex Accent 2 Accent 2 angefangen ja bleib mal hier oh, ist das gut? ja, ist das ist das deine HD? nein ha 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 lang die Headshot kann ich ja doch ja hab ich gerade auch gelesen der ist CT sorry hast du gesmoked? ja vielleicht doch B aber mit hartverzugang Ne, sind die nicht. Die Bombe ist B. Wie viel Schein hast du gekriegt, Jonas? Von den Typen? Von meiner HE. Achso, äh, ein. Achso, ja, der. Ich hab dir dahin geworfen und dann rennst du da rein. Ja, plantet B. Dann, ja. Wo? B. B. Lass den jetzt hier alleine gewesen sein. Oh, noch fein hinten! Sieht gut aus. Drei von hinten! Hab ich, hab ich. Drei von hinten! Ist mir egal. Jawohl, nice. Sicher, die sind jetzt mad, Junge. Smurfen und verlieren, das ist doch... ...traurigste, was passieren kann. Nice. Doch, noch verlieren die nicht, ne? Ja, gut, ne? Negev. Ah, die haben hart zu kämpfen. Kille, du kannst Negev nicht. Ja, ich hab schon ein paar Kills damit gemacht. Eikers. Negev-Boss. Ja, ich hab mir doch gar Pro90-Boss. Stolz, ich schmeiß jetzt wieder ne Granate. Pro90 ist einfach die günstigere Negev. Deploying, Flashbang. W-w-w-w-w. Drei Leute hab ich gewinnt. Grenade out! Also gesagt, drei Füße. Also drei Parafüße. Na A ist komplett clean. Jo, B. D, auch ganz viele Schritte. Der ist rauf, Kelle. Wir müssen uns beeilen. Der ist in dem zweiten Raum, da, in dem Raum. Ja, die sind alle da. Einer ist... Die kommen jetzt rein, Jonas, wir haben ihn. Wenn er jetzt im Spot-Log... ...die Verwandt sitzt. Links. Ich wage. ...wie kann man den Spot steuern? E. Also Zucker und D. Ja, ja, okay. Oh, uns, Bot. Von deiner, äh, Frau City. Man kann nicht laufen, wenn man angeschossen wird, ey. Einfach die größte Krankheit überhaupt. Oh, Kelle, wie viele Kills hast du gemacht mit deiner Negev? Einen. Ja, der hatte ja nicht mal die Negev. Der hatte doch die M240 da, oder nicht? Ja, der Bot hatte die M240. Achso, dann war das der Bot. Hattet ihr ihn, Negev. Die M240 brauchen wir zu. Negev ist ja easy, da kannst du ja gucken, wo der Mündungs... äh, also die Patronen entziehen. Ja, so, Ziel. Ja, dann hier jetzt Wechsel auf Billo-Variant. Gah. Ich hab gar kein Geld für. Binnen außen, Häh. Binnen außen, Jonas. Ja. Der A ist wieder clean, wird wieder B. Alter, was schießt der da? Alter, bewegt dich! Diesen... ...ist... ...ist... Ach, nö, da sitzt nur einer außen. Alter, nicht verrecke euch. Nice. Ja, wobei, ne, gleich auf 90. So, eine Rolle noch, deinem Wesen ist nicht verloren. Ja. Ne, schlecht, würde ich sagen. Ja, abwarten, ne? Ja, klar. Alter, sieben Assists haben wir alle. Außer Robil-LP. Und der Bot-Rainer. Ja, und der Bot-Rainer. Ja, der Bot bleibt auch hinten, das ist schon mal gut. Ich hätte ne Smoke. Ey, komm. Soll ich smoken? Wird ab, glaub ich. Ja. Hör auf, was. Ja, werf Smoke hin. Jonas, bleibst du noch hier? Ja, ich bleib. Die ist nicht so geil. Ja, die ist echt scheiße. Wend ist kaputt gegangen. Wend ist kaputt gegangen. Okay, pass auf, Kelle, wenn die Mitte kommt. Ja. Da ist halt Mitte. Hast du gut gegeben. Da ist schon B. Wird auch Mitte. B. Ja, wird B. Ah, ist wieder alles clean. Soweit. Jetzt ja. In dem zweiten Raum in der Ecke sitzt einer. Hierüber, man. Nee, Mitte ist noch einer. Oh, der ist nicht verloren. Ja, oh, Kammel. Das gewinnt er, dann können wir die Rikiflame. Oh, ja. Soll ich mir jetzt nochmal Negev kaufen? Nein. Spiel was, was du wirklich kannst, ey. Der Bot hat Negev, das reicht. Okay. Aber ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass wir haben Negev. So. Ja, jetzt muss ich das machen. Oh, geklepft noch gegend rein, ne? Tinkel gemacht, deswegen ist er geflogen. Next B. Ja, da sind sie wieder. Echt? Ich seh sie noch nicht. Doch, B. Die sind da ganz hinten. Ja, ich seh's. Einlass. Die sind da. Vorsicht. Hinten. Die sind draußen. Einer steht drinnen. Ja, der draußen, der ist, äh... Oh, der Slow, der Slow. Oh. Nice. Loilchenkill hat er gemacht. Ja. Hat aussehen, den Gegner aber schon nicht mich. Faking. Boah, ne Revolverkiste. Ah, nice. Danke, Kelle, dass wir ne... Danke für die Kistekelle. Oh, warte mal, easy. Nein, jetzt hast du ne Abwengt bekommen. Oder diesmal nicht. Ne, diesmal leider nicht. Ich... Ich hab immer noch einen. Was heißt TBF? Oh, nein. The Big... Hard. Big Fudge. Ja, easy win, würd ich sagen. Die. Und da ist ein Mädchen.